Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Analysevideo. Heute quatschen wir über das neue 9.2 Ingame Cinematic, welches sich mit Sylvanas und ihren Seelenfragmenten beschäftigen soll. Wer gar nicht mehr up to date ist, kein Problem, Analysen zu allen bisherigen wichtigen WoW Ereignissen findet ihr natürlich in meiner Lore bzw. Analysen Playlist. Und nicht wundern, denn das Ding ist frisch raus, frisch gedatamined und dementsprechend ist das auf Englisch. Ich habe die deutschen Untertitel an, die dürfen aber von YouTube übersetzt worden sein. Kann also durchaus möglich sein, dass sich da noch ein bisschen im Detail bei den Formulierungen was ändert. Wir sind in Uribos, wir sind in diesem Raum, in den Sylvanas gebracht wurde, um sich zu erholen, aufzuwachen und uns letztendlich hoffentlich weiterhelfen zu können, was das Aufdecken der Kerkermeisterpläne angeht. Und drumherum stehen Uta und Co. und da starten wir jetzt quasi auch genau rein. Thomas' soul has been fractured from the moment of her death until now. Gleich der erste wichtige Punkt. Wir wissen, ich suche, wie auch viele von euch, akribisch nach Hinweisen auf die Leere. Wir wissen, in Anduin pulsiert die Leere. Wir wissen, Sylvie muss irgend so einen bestimmten Bezug haben. Ja, damals, als sie vom Frosthohn sprang und sich umbringen wollte und das er auch geschafft hat auf irgendeine Art und Weise, fiel sie nicht nur dem Fallschaden anheim, sondern landete auf einem Saronit-Stachel und spießte sich darauf quasi auf. Herr Saronit, nichts anderes als das gefrorene Blut des alten Gottes Jok Saron. Der schreit im Kampf ja auch ganz gerne Sachen mit Tod und Co. Also irgendwo haben wir da noch eine sehr, sehr seltsame Beziehung. Entweder ist der Kerkermeister auch nur eine Marionette der leeren Fürsten oder die Leere wartet auch schon sehr, sehr lange auf eine Gelegenheit. Ja, die arbeitet ja auch sehr subtil, die hat Zeit, die wartet auf die Entfesselung des Wahnsinns und diese lila Tentakel, die hier so ein bisschen aus dieser Wunde strömen, die könnten natürlich an die Leere erinnern. Und das kann durchaus ein Hinweis sein, allerdings, wenn wir uns an den Cinematic-Trailer von Shadowlands an sich erinnern, wo Sylvie die Ketten und Co. beschwört, da ging das auch immer mit solchen rauchigen, wabernden Linien einher. Ja, ja, die dann aus ihren Händen beschworen wurden, deswegen könnte dies auch ein Verweis auf diese übrig gebliebene Magie dieser Art sein. Ja, Richtung Tod, Untod, Domination oder was wir nicht alles haben, was in Sylvie so pulsiert. Darum würde ich mich hier jetzt nicht blind draufstürzen, ja, aber natürlich immer Augen auf, auch die Leere, auch die anderen kosmischen Mächte mischen mit. Ist aber, bilde ich mir ein, in diesem Cinematic noch nicht so wichtig oder zentral. Direkt die nächste wichtige Szene, wir sehen die beiden unterschiedlichen Seelenfragmente von Sylvanas, einmal die untote Benji und einmal die Verteidigerin von Silbermond. Und die sitzt lustigerweise da, wo im eigentlichen Teldrassil-Cinematic diese sterbende Nachtelfe sitzt, die zu Sylvanas dann auch sah. Ja, ihr könnt die Hoffnung nicht töten. Also das ist auch kein Zufall, dass sie in dieser Rolle jetzt hier dargestellt wird, ja. Denn natürlich dieses Hoffnungsvolle, dieses Kämpfen für das Leben, das ist auch alles etwas, was die alte Sylvanas ausgemacht hat, eine Verteidigerin ihres Volkes, ja. Dazu kommt aber gleichzeitig diese Ohnmacht, ja, die Unfähigkeit, jetzt irgendwas tun zu können. Sie ist nur Beobachterin. Sie wird quasi gefoltert von ihren eigenen Taten und all das symbolisiert auch diese Szene und diese sehr bewusste Positionierung der Charaktere. Ganz wichtig an der Stelle ist, dass wir am Ende der Courtier-Kampagne ja unglaublich viel Lore haben. Und da haben wir ja auch eine gute Stunde drüber gequatscht, ne. Andere sind so fünf Minuten durchgerusht, aber es gab so, so viele Dialoge, zum Beispiel mit Uta und Jaina. Und wenn wir auf Uta gehört haben, dann hat er auch erklärt, dass dieses Teilen der Seele durch Frostkram, ne. Kramklinge, Runenklinge, zack, zerfetzt die Seele, teilt die Seele. Und Uta meinte dann, ja, also es fehlte was, ja. Ich habe gemerkt, dass ein Teil meiner Selbst, meiner Essenz fehlte. Es war aber nicht so, dass es einfach eine Splittung war in Gut und Böse. So einfach soll es dann also nicht sein. Aber klar, Frostkram ist letztendlich auch eine Klinge des Kerkermeisters, eine Klinge des Schlunds. Insofern, selbst wenn die Seele nicht derart direkt geteilt wird, weiß er natürlich, wo er ansetzen kann, wie er lenken, schalten und walten kann, damit seine Diener, die betroffenen Opfer dieser Kramklinge, ja, damit die eben auch auf den Weg kommen, den er für sie vorgesehen hat. Und da ist dann so eine direkte Splittung gar nicht nötig, ja, weil früher oder später ergibt sich das dann von ganz allein. Und wir wissen, der Tod, der ist ewig, der ist endlos, ja. Der kann Jahrtausende, Äonen über hinweg planen und ist dann der geduldigste von allen, weil am Ende bekommt der Tod sowieso jeden. Und darum muss der Kerkermeister gar nicht panisch auf seine Uhr schauen, sondern das wird schon alles in die Wege geleitet werden, ob früher oder später. Ich denke, das ist relativ wichtig, auch nochmal zu erwähnen für diese Betrachtung von Sylvanas selbst. Ja, wir haben also laut Uta auch hier keine einfache Aufteilung in Gut und Böse. Großartig, wie hier jetzt dieses Ringen mit sich selbst dargestellt wird, ja. Wir sehen nochmal die Untote Sylvanas, so nenne ich sie jetzt einfach, wie sie natürlich überzeugt ist von ihren Taten, von ihrem Handeln, ja. Und sie denkt größer, sie will uns alle befreien, sie glaubt an das, was sie und der Kerkermeister tun und vorhaben. Das ist dann im weiteren Verlauf nicht so gut gelaufen, das wissen wir mittlerweile. Aber ganz wichtig, wie hier dieser innere Konflikt, diese Zerrissenheit nochmal dargestellt wird. Denn die lebendige Sylvanas ist ja wirklich eingefroren in der Zeit, seit sie gestorben ist, seit sie gerichtet wurde von Arthas. Und sie hat sich jetzt mit diesem Monster ihrer selbst konfrontiert, kann das gar nicht glauben, dass sie das sein soll, was aus ihr geworden sein soll, ja. Während die Untote Sylvanas eben mit dieser Inbrunst davon spricht, dass das getan werden muss, dass das wichtig ist, ja, und über das Verständnis von vielen eben hinausgeht. Also großartige Darstellung und nochmal ganz wichtig, um das innere Problem eben darzulegen. Ja, wir haben in den Vorbesprechungen zu 9.2 immer gesagt, am wichtigsten wird sein, als wer wird Sylvanas denn aufwachen, wird sie es schaffen, das zu bewältigen. Wir hatten das so ähnlich mit Uta, na, bei dem haben wir und auch die Kyrianer geholfen in dieser Kampagnen-Quest. Sylvie, und das wusste der Kerkermeister anscheinend, deswegen hat er sie auch einfach zurückgelassen mit diesem Geschenk. Sylvie hat das Problem, dass diese Zerrissenheit dafür sorgen kann, dass sie nie wieder sie selbst ist und möglicherweise auch nie wieder aufwacht. Und auch hier sehr bewusste Wortwahl, ich erinnere an ein sehr bekanntes Zitat von Sylvanas, sind wir denn nicht Sklaven dieser Folter? Ja, die Details. Die Jäiler hat ihre Bindungen geschehen, und hat sie verletzt, um sie zu retten, um sie zu retten, um sie zu retten, um sie zu retten. Sie kann nicht wundern. Vielleicht sollte sie nicht. Ja, Uta denkt sich, Leute, fokussieren bitte. Ich bin froh, als Tauron, dass Bane sowohl steht, als auch einen ganzen Satz hatte. Das ist ein großer Fortschritt. Und natürlich sind auch unsere Heldencharaktere, unsere Anführer da sehr zerrissen. Viele von denen haben miterleben dürfen, was Silvanas getan hat und konnten sie nicht aufhalten. Da ist sicherlich auch so ein bisschen Mitschuld, die da mitschwingt. Ich erinnere mich an die Konfrontation auch in Unterstadt Richtung Silvio und Nathanos. Also das wird eine schwierige Nummer und ich denke, dass es am schwierigsten für Silvanas selbst wird, damit umzugehen, sich zu verzeihen oder eben auch nicht. Das ist jetzt die große Hürde, die das Storyteam von Blizzard auch nehmen muss. Inwieweit kann man so einen Ark, so eine Story der Wiedergutmachung bringen? Kann man allen Taten vergeben? Wie sehen das auch die Nachtelfen? Wie sieht das die geläuterte Tyrande? Also da bin ich auch super gespannt auf die Bewertungen, natürlich von uns Spielern, aber auch von der Art und Weise, wie es ingame dargestellt wird und wie die Heldencharaktere letztendlich urteilen. Uta, das wissen wir aber auch, hat sich einen großen Teil der Schuld aufgeladen und zwar der Schuld Arthas betreffend, dass er nicht erkannt hat, was in ihm brodelt, was in ihm kocht, diese Unsicherheiten und, und, und. Da gab es ja in der Kampagne eine ganz schöne Dialogsequenz vor Arthas Paladin-Zeremonie. Und da hat Uta auch gesagt, ich hätte mehr für ihn da sein müssen, ich hätte es sehen müssen und, und, und. Das erinnert auch sehr stark an einen Comic mit Magni, unserem Sprecher von Azeroth, der sich auch an seine Tochter erinnerte und seine Fehler als Vater. Und am Ende sagt er dann nicht zu seiner Tochter, sondern zu Azeroth, diesmal mache ich es richtig, diesmal mache ich es besser, Mädchen, ja. Und da sehe ich Uta gerade auch in diesem Moment, dass er weiß, okay, ich habe schon mal jemanden verloren an letztendlich eine artähnliche Sache und Entwicklung, ja. Und nochmal wird mir das nicht passieren, Leute. Ich habe jetzt die Erfahrung, ich habe die Weitsicht, die euch möglicherweise fehlt, obwohl Bolver ja versucht hat, so ein bisschen in die richtige Richtung zu schießen. Und das finde ich auch ganz schön, wie man diese Verbindungen doch jetzt ziehen kann und finde es großartig, dass wirklich Uta erneut so eine Art Mentorenrolle übernehmen kann, gerade eben spannend mit diesen Hintergründen und Bezügen, die ja im Vorfeld regelmäßig aufgearbeitet wurden. Und auch das sehr spannend, es gibt nicht viel, was die beiden verbindet, außer diese Wunde, diese Seelenpein, diese Verbindungen zu Arthas, ja. Und die nutzt Uta jetzt hier im wahrsten Sinne, ja. Nicht nur bildlich gesprochen, sondern er führt das komplett aus und verbindet jetzt diese beiden schmerzverzerrten Seelen direkt von Hand zu Hand oder von Hand zu Wunde. Well met, Ranger General. What is this? Who are you? Someone who shared your fate, felled by the blade of the very same prince. Arthas. I died trying to stop that monster. Only to wake up haunted by one with my face. That Banshee is you. No, I cannot accept that. Her path began where yours ended. And you've seen the decisions she made. Ja, Uta spricht jetzt auch nochmal genau das an. Man muss sich das wirklich mal vorstellen, dass jetzt in eurem momentanen Lebensabschnitt einfach so ein Teil eurer selbst kommt von vor zehn Jahren und er sieht die ganzen schönen Sachen, die ihr gemacht habt, aber auch die ganze Scheiße. Ja, und damit muss er klarkommen, will quasi wieder ein Teil eurer selbst werden und je nachdem, wie sehr ihr euch verändert habt innerhalb dieser Zeit, passt da eben einiges nicht mehr zusammen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, das ist an sich eine ganz gute Sache, sich derart weiterzuentwickeln. In Anbetracht von Sylvanas und ihren Entscheidungen allerdings, holla, also das ist Next Level, sein Urgroßonkel. Das möchte ich gern an dieser Stelle nochmal fürs Feeling, fürs Nachvollziehen und auch Nachfühlen nochmal hervorheben. Außerdem, Freunde, wie hübsch ist bitte dieses Sylvanas-Modell. Das ganze Art-Team, das carried einfach wieder so hardcore in den Patch rein, es ist unglaublich. Außerdem im Hintergrund, liebe Blutelfen, aufgehübschte Wälder oder aufgehübschte Bäume vom Immersangwald. Ein weiterer Hinweis auf eine schöne HD-Überarbeitung von Azeroth oder auch nicht. Die Hinweise, die verdichten sich so langsam, aber sicher egal, ob man sich den Story-Fluss oder die gedarter meinten Wände und Häuser und sonst was ansieht. Allerdings haben einige Entwickler auch schon auf Twitter verlauten lassen, dass sie natürlich in diesem Cinematic ein bisschen was Neues ausprobiert haben, ein bisschen neue Stilelemente und, und, und. Und da gehört natürlich das Aufhübschen dieser Zonen auch dazu. Deswegen ruhig Blut, ja, ähnlich wie mit der Leere, das ist irgendwie da, aber wir sollten jetzt nicht blindlings reinspringen. Wir springen jetzt lieber wieder in die Antwort von Sylvie, die natürlich nicht fassen kann, ja, dass sie alles verraten hat, wofür sie steht. Einst eine Verteidigerin des Lebens und jetzt die Bringerin des Todes, des Untergangs. Also, ich denke, man kann den Charakter, wenn das auch lange Zeit jetzt sehr schwierig war, hier doch vollfühlen und nachvollziehen. Uta war ja selbst einer der Verschmähten, führte diese Rebellion in der Bastion an und wurde natürlich letztendlich auch durch die Einflüsse, durch die Streiter des Kerkermeisters in diese Rolle gedrängt und letztendlich benutzt. Ja, und in dieser Hinsicht versteht er Sylvanas möglicherweise besser als alle oder zumindest viele andere. Und genau das zeigt er jetzt hier. Da braucht er gar nicht viele Worte. Sylvanas sieht, ey, das ist derselbe Typ. Aber in der einen Variante ist er ein Mensch, in der anderen ein Schlumpfen-Cosplayer. Ja, und das sind natürlich genau diese Seelenfragmente. Das ist im Grunde dieselbe Situation, in der sie sich jetzt auch befindet. Ja, und darum wird sie hoffentlich auf Uta hören, seine Hilfe annehmen, denn dumm ist sie auf keinen Fall. Und darauf setzt Uta natürlich auch. Ja, er weiß jetzt, dass er sie am Haken hat. Jetzt muss er seine nächsten Worte mit Bedacht wählen und dann hoffen, dass es funktioniert. Ja, und auch hier weiß Uta eben wieder, wo er ansetzen muss. Sylvanas ist vieles, aber sie ist und war vor allem immer eine Kämpferin. Und das hatte schon ein bisschen was Herausforderndes. Diese weise Mentorenrolle. Ist es so, Sylvanas, hatte er recht? Oder wirst du ihm zeigen, wo der Elfenhammer hängt? Also finde ich super spannend, wie hier doch das Vorgehen von Uta langsam offenbart wird und wie es wirklich dargestellt wurde. Also wirklich, wirklich stark. Ich liebe die Details und die Art und Weise, wie die Charaktere hier miteinander umgehen. Und wir sehen immer noch, obwohl sie diese Szene schon so oft gesehen hat, diese Fassungslosigkeit in ihrem Gesicht, in der ganzen Gestik, in der ganzen Mimik. Und das ist nochmal besonders spannend, darum möchte ich es nochmal hervorheben, denn jetzt steht Sylvie an der Position, wo vorhin noch die untote Version stand. Ja, jetzt ist sie selbst an dieser Position angekommen, ist selbst die Akteurin nicht mehr die Beobachterin. Und das ist ja auch schon so ein erster Hinweis darauf, dass sie jetzt versucht, das zu akzeptieren, dass sie Uta zumindest zuhört. Dass sie gerade bemüht ist, sich in diese Rolle reinzufühlen, aber das ist eben etwas, woran man zerbrechen kann. Also der Kerkermeister hatte das nicht ohne Grund so vorhergesehen. Diese Möglichkeit ist auf jeden Fall da. Jetzt ist nur die Frage, ist Sylvanas stark genug? Ist ihr Wille stark genug, das auszuhalten, damit umzugehen? Und dann ist es ja am Ende des Tages nicht nur eine Frage von, wird Sylvanas in der Lage sein, damit umzugehen, sondern wie gehen wir alle damit um? Wie gehen unsere Helden damit um? Also das ist ein Riesenpaket, das hier vorbereitet und geschnürt wird. Und ich denke, es wird eine große, interessante Nummer werden, das dann auch in Empfang zu nehmen. Ja, das ist ein Riesenpaket, das ist ein Riesenpaket. Auch nochmal super wichtig zum Ende. Auch wir haben lange darüber diskutiert, wie soll man da einen Redemption-Arc, eine Wiedergutmachung-Storyline spinnen, wenn es doch Verbrechen gibt seitens Sylvanas, die einfach nicht wieder gut zu machen sind. Ja, und da steht Teldrassil natürlich auch ganz oben mit auf der Liste. Sie sagt es aber selbst, das kann nicht verziehen werden. Wie soll das gehen? Und möglicherweise hat dennoch jeder Wiedergutmachung verdient, auch wenn nicht alles vollends vergeben und vergessen werden kann. Sylvanas hat aber noch eine Rolle zu spielen, kann immer noch Gutes tun, kann jetzt den Streitern des Lebens letztendlich helfen und dafür muss sie das alles und insbesondere sich selbst in den Griff bekommen. Und Uta sagt das eben auch so schön, wir werden in der Zukunft vielleicht nie Vergebung finden, aber gar nicht zu tun, das ist noch schlimmer als alles andere. Ja, dann haben wir nicht mal versucht, unseren Namen reinzuwaschen, unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, weiter zu bestimmen, als wer wir weitergehen wollen. Und da trifft er, denke ich, einen sehr, sehr wunden Punkt. Und auch das gerade mit der Musik, mit dem Verblassen der Charaktere eine wunderbare Anspielung, und zwar an das Beerdigungs-Cinematic von Vol'jin, als er starb, Sylvanas zum Kriegshäuptling ernannte, was auch nicht ganz ohne die Diener des Todes ablief, wie wir ja mittlerweile wissen. Und die Frage ist natürlich, wieso wird Vol'jin eine Rolle spielen? Der hängt ja momentan in einem Wildsamen im Altenwald, bewacht von Wonsamdi, also da kommt vielleicht demnächst der nächste blaue Troll-Dinoloa rausgekrochen, und man weiß es nicht genau. Aber, was natürlich in dieser Zeit passierte, Sylvanas wurde zum Kriegshäuptling. Eine neue Rolle, ein neues Kapitel in ihrem Leben, und genau das passiert hier jetzt natürlich auch. Mit dieser Musik wird es entscheidungsfreudig nach vorne gehen müssen, und die Sylvanas, die jetzt aufwacht, befindet sich natürlich auch in einem ganz neuen Kapitel ihrer selbst, muss man sagen. Und was dieses Verblassen der Charaktere natürlich auch nochmal zeigt, sie allein musste letztendlich diese Entscheidung treffen. Sie allein muss damit umgehen. Ja, auch Uta hat ihm gesagt, das war alles, was ich tun konnte. Er kann ihr den Weg zeigen, gehen muss sie ihn allein. Und es ist dann natürlich jetzt im Rahmen dieses Cinematics, im Rahmen dieses Seelenkonfliktes, ihre Entscheidung, ja, ihr Weg, den sie gehen muss. Aber ich bin, und das habe ich ja jetzt auch schon angesprochen, vor allem gespannt auf die Art und Weise, wie mit anderen Charakteren interagiert wird. Seien es die, die wir hier gesehen haben, oder die, deren Kommen wir schon spüren. Zwinker, zwinker. Ja, großartig. Liebe Leute, Musik verblasst. Seht ihr nicht nur die Charaktere, auch die Musik. Also, das war mit Verlaub eins der geilsten Cinematics, die ich, glaube ich, je gesehen habe. Ich bin wirklich begeistert, ja, von dem, was hier dargestellt wurde, wie es dargestellt wurde, von der Tiefe, von den Details. Ja, ich liebe es ja, wenn wir in den täglichen Streams immer die Lore hoch- und runterbeten und gucken, wo sind Schlupflöcher, wo sind Optionen, wer hat noch eine neue Idee oder was können wir neu aufrollen mit neuen Informationen und verbinden und, und, und. Und da war wirklich vieles, was wir im Vorfeld monatelang bequatscht haben, jetzt hier in einer so großartigen Darstellungsform, ja. Was wieder zeigt, dass unsere Lore-Schreiber von Blizzard durchaus die Fäden in der Hand haben. Und ich hoffe, das werden sie noch lange Zeit tun und auch mit 9.2 weitere Fragen beantworten, die jetzt seit langem auf den Papieren vieler Lore-Freunde stehen. Und ich denke, hiermit haben sie einen sehr, sehr guten Grundstein für super viele interessante Entwicklungen gesetzt. Ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, was den weiteren Verlauf von Sylvanas angeht. Ja, was wird dann ihre Rolle am Ende des Tages sein? Wie wird der Ranger General mit dieser Situation jetzt umgehen? Und wie wird sich Sylvanas in bestimmten Situationen verhalten? Was wird ihr Schicksal sein am Ende des Tages? Durch sie selbst oder auch andere bestimmt, ja. Haben wir so eine große Gerichtsverhandlung wie bei Garrosh und dann kommt ein Bronzener Drache und es gibt WOD 2.0? Ich denke, nein. Aber Sylvanas wird natürlich eine wichtige Rolle behalten und sie wird, denke ich, trotzdem eine Strafe bekommen. Aber wie wird die aussehen? Wird sie sich opfern? Vielleicht für einen Anduin? Vielleicht für ganz Azeroth? Wird sie die neue Lichtqueen? Wird sie die neue Kerkermeisterin? Oder, oder, oder? Man darf, denke ich, sehr gespannt sein, Leute. Ich hoffe, auch diese Analyse hat euch wieder einmal gefallen. Ich konnte hoffentlich ein bisschen was aufdecken, was euch vielleicht beim ersten Schauen entgangen ist. Und selbst wenn nicht, ist es immer ganz schön, einfach mal so ein bisschen drüber zu quatschen oder uns zu gucken, was gibt es denn im Detail alles zu sehen und wem ist was noch aufgefallen? Deswegen bitte ich euch auch, wie immer, dass wenn euch noch irgendwas aufgefallen ist, das gern in die Kommentare zu hauen. Eure Meinung interessiert mich natürlich wie immer brennend. Da freue ich mich schon auf einige tolle, tolle Ansichten und Ergänzungen. Und ansonsten denke ich, wir freuen uns alle erst mal auf 9.2, oder? Ich habe ultra Bock, liebe Freunde. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bleibt gesund. Bis denn. Schau's.